Hey Leute, es gibt nichts, was mich so zum Weinen bringt wie One Piece. Naja, vielleicht noch die RPG Maker Unite Roadmap. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich möchte zusammen mit euch One Piece gucken. Also ja, ihr hört gerade richtig, ich habe letztens einen kleinen Witz gemacht, wo ich gesagt habe, hey, der RPG Maker Unite ist so schlecht, kauft euch den nicht, nehmt euer Geld und bezahlt dafür Crunchyroll und guckt One Piece. Und jetzt will ich das for real machen mit euch. Also no joke, also ihr müsst nicht Crunchyroll abonnieren, das ist optional. Ihr könnt auch die One Piece Folgen woanders herbeziehen, das ist mir relativ egal. Aber, also jetzt mal for real, ich möchte mit euch zusammen One Piece gucken, tatsächlich. Das Ganze ist natürlich auf Crunchyroll zu finden, mit deutschem Untertitel, alle Folgen. Also wirklich alle Folgen, die es bis jetzt gab. Und das ist wirklich ein guter Anime, hier über 200.000 Bewertungen, 238.000 Bewertungen, 4,9 Sterne, 95 Bewertungen mit 5 Sternen. Also das Ding ist wirklich gut, also das ist kein Trollversuch von mir oder sonst irgendwas. Ähm, das ist wirklich ein guter Anime. Also 200.000 Menschen sagen das, dass das ein guter Anime ist, okay. Ähm, also das ist kein Trollversuch von mir. Gut, wie möchte ich mit euch One Piece gucken? Genau. Ähm, auf YouTube ist das ein bisschen tricky, deswegen möchte ich das Ganze natürlich auf Discord mit euch machen. Ich werde auf Discord One Piece Kanäle einrichten, eine One Piece Kategorie, aber nur für Leute, die wirklich mit mir zusammen One Piece gucken wollen. Ähm, genau. Ich werde dann hier bei Memes und One Piece, werde ich hier dann genau dieses Video hier posten, was ihr gerade seht. Und da reagiert ihr einfach mit Bild hoch. Und jeder, der mit Bild hoch reagiert, bekommt von mir die One Piece Rolle. Und dann seht ihr die One Piece Kanäle. Wie wir das genau gemeinsam gucken, ähm, wir werden natürlich Watchpartys machen, etc., etc. Wie wir das genau machen, kaspern wir dann in den Textkanälen von One Piece ab. Aber wer Bock hat, ich würde mich freuen. Wenn sich genug Leute melden, würde ich das halt for real machen. Ähm, wie gesagt, wie ihr die Folgen guckt, ist egal. Ihr müsst das nicht über Crunchyroll gucken, ist mir vollkommen egal. Ähm, aber ich werde es natürlich nicht per Bildschirmübertragung, ähm, teilen, weil dann ist das nicht so ganz legal, was ich da mache. Ähm, leider Gottes. Sonst würde ich es machen, tatsächlich. Ähm, gut. Ja, ansonsten, ähm, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wie gesagt, ich poste genau das Video dann bei mir in Discord, in Memes und One Piece. Dann einfach mit Bild hoch reagieren. Let's go, würde ich sagen. Lasst uns zusammen One Piece gucken. Lasst uns zusammen weinen. Ähm, ich werde vielleicht sogar mit Webcam, ähm, bei der Watchparty dabei sein. Let's go, würde ich sagen. Ähm, weil ihr wollt ja meine Live-Reaction vielleicht sehen. Und, ähm, wer hat nicht Bock, einen weinenden Don zu sehen. Aber da lasse ich mir nochmal ein bisschen was einfallen. Vielleicht mit Strohhut und Perücke und so. Das wird bestimmt witzig. Also, no joke, Strohhut habe ich schon. Ähm, fehlt nur noch die, äh, Luffy-Perücke. Äh, wird bestimmt mega witzig. Und ich habe echt Bock drauf. Also, das wäre dann aber so ein privates Ding. Ähm, also das wäre jetzt nicht auf YouTube direkt. Und ich würde auch nie wieder auf YouTube wahrscheinlich darüber reden. Also, let's go. Lasst uns One Piece gucken. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüssli.